Jetzt bist du der Eigentümer von Le Grand Bois. Das Wichtigste ist, dass es in der Familie bleibt. Gut, wir können loslegen. Lass den Blödsinn! Es ist kein Geld mehr da. Wir sind pleite. Miss Yushashou, die Vorschüsse fangen an, sich zu summieren. Vor allem zusammen mit den ganzen Darlehen. Was ist das für ein Quatsch? Willst du dir noch einen Kredit aufhalten? Man sieht von hier eure neuen Stallung. Die Leute sagen, dass dein Vater übergeschnappt ist. Du steckst anscheinend in der Scheiße. Hättest du nur auf mich gehört, statt dich auf das System anzulassen. Du wärst verfasst, das stinkt an dem System. Ich war wenigstens ein freier Mann. Was willst du eigentlich? Was willst du? Ach, sieh doch zu, wie du allein klarkommst. Um daraus zu kommen, gibt es nur eine Lösung. Weg gehen. Nein, Papa, ich übernehme Le Grand Bois. Es ist vorbei mit Le Grand Bois. Unser Hof ist Vergangenheit. Das war's für ein Quatsch, die Vorschüsse fangen. Untertitelung des ZDF, 2020